Herzlich willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es um meinen YouTube-Kanal und natürlich vor allem um mein Portfolio, beides wird ja ein Jahr alt, weil ich mit beiden zeitgleich angefangen habe und ich bin froh, dass es sowohl den Kanal als natürlich auch das Portfolio noch gibt. Das hat ja mittlerweile auch einen ordentlichen Wert erreicht mit knapp 26.000 Euro und ich möchte heute mal schauen, wie lief mein Portfolio gerade im Vergleich zu anderen Indizes, die habe ich abgeschnitten und natürlich auch mal darauf schauen, welche Ziele habe ich mir gesetzt, habe ich die erreicht und auch einen Ausblick geben, wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen. Ja, dann erstmal zu meinen allgemeinen Zielsetzungen, die ich hatte, als ich mein Depot eröffnet habe und zwar ist das erste, dass ich vorerst in konservative Unternehmen investieren möchte, auch um die Volatilität ein bisschen rauszunehmen, sprich Unternehmen, die schon eine gewisse Historie zum Beispiel haben, die Dividenden regelmäßig zahlen, die Gewinne schon erzielen, also jetzt nicht irgendwie seit vier Jahren in Wachstum investieren bis zum geht nicht mehr und noch nie Gewinne gemacht haben, die habe ich rausgenommen. Klar, das kostet, also das sind natürlich Chancen, die ich damit rausstreiche, aber es sind halt auch Risiken, die ich rausnehme und gerade zum Start, denke ich, muss es nicht zwingend sein. Ja, man wird es nachher sehen, ein bisschen was hat es in der Performance gekostet, mein Portfolio so aufzubauen, aber damit kann ich zum Start super leben. Das kann ich dann Stück für Stück später auch nochmal ergänzen und Unternehmen kommen immer wieder neu an die Börse, da wird es dann auch immer wieder Möglichkeiten geben. Von daher bin ich bei dem Punkt ganz entspannt. Ja, dann ging es natürlich auch darum, erste Erfahrungen zu sammeln, wie eröffne ich überhaupt ein Depot, ja, wie mache ich einen Kauf, einen Aktienkauf, wie sieht es mit den Dividenden aus, was ist bei der Steuer zu berücksichtigen, all diese Dinge waren natürlich wichtig für mich, aber auch einfach sich zu vernetzen in dem Thema ein bisschen, gerade über YouTube, da sind ja sehr viele Leute aktiv, kriegt man doch überall und nirgends immer mal wieder einen Tipp, auch unter den Kommentaren, unter meinen eigenen Videos, habe ich so den ein oder anderen Tipp bekommen, mir das ein oder andere Unternehmen nochmal angeschaut und das ist natürlich auch ein enormer Mehrwert. Ja, und zu guter Letzt war es mir wichtig, auch Cashflow zu generieren mit den Aktien, die ich ausgewählt habe und da habe ich auf einem breiten Strahl von einer reinen Dividendenaktie, die eine sehr hohe Ausschüttung hat, zu Aktien mit geringen Ausschüttungen, aber dafür mit einem kräftigen Dividendenwachstum im Grunde alles abgegriffen, auch die ein oder andere Dividendeaktie ohne Dividende hat den Weg in mein Portfolio gefunden, war also kein reines Ausschlusskriterium und ja, da mal schauen, wie sich mein Portfolio so zusammensetzt. Ja, dann direkt auch mal ein Blick auf mein Portfolio, ob ich diese Zielvoraussetzungen erfüllen konnte und ich habe drei größere Branchen gewichtet in meinem Portfolio aktuell, das ist einmal der Finanzsektor mit etwas über 17%, dann der Konsumgüterbereich mit knapp über 16% und der Bereich Diverse, wobei der Hauptteil da von Immobilienunternehmen ausgemacht wird, mit etwas über 38%. Ansonsten gibt es noch ein paar kleinere Branchen, um halt auch über verschiedene Branchen zu diversifizieren, das ist einmal der Chemie- und Pharmabereich, der Energiesektor, der Industriesektor, im Softwarebereich bin ich noch drin und im Bereich Telekommunikation und im Grunde habe ich überall Blue-Chip-Aktien gewählt, die schon eine gewisse Dividenden-Historie haben, die auch schon Krisen durchgemacht haben, also hier eine Fresenius, eine Johnson & Johnson, eine Royal Dutch Shell, 3M, Microsoft, AT&T, Cisco, gut, American Tower ist jetzt noch nicht ganz so alt, das gleiche gilt für Xiaomi, aber dafür dann auch deutlich kleinere Positionen, also in diesen kleineren Branchen, die ich nicht so stark gewichtet habe, schon eher passivere, konservativere Unternehmen rausgesucht. Ja, dann nochmal einen Blick auf die Branchen, die ich stärker gewichtet habe. Einmal den Finanzsektor, der unterteilt ist in die Finanzdienstleister, die deutlich volatiler unterwegs sind und der Versicherungsbereich, die deutlich konservativer sind von der Wette her. Hier gerade BlackRock und auch jetzt Tiro Price, was noch relativ klein ist, die sind natürlich sehr davon abhängig, wie die Kurse an der Börse sind, weil umso teurer und umso höher die ETFs bewertet sind, also die Gesamtmarktkapitalisierung, desto mehr nehmen sie natürlich auch an Gebühren ein, weil die sich prozentual aus den Gesamtvermögen berechnen und wenn die Kurse dann abrauschen, dann sind die Einnahmen dort natürlich ganz schnell deutlich geringer. Ja, ansonsten Versicherungsgeschäft Ping an noch am stärksten gewichtet, hier China, was natürlich ein gewisses regionales Risiko mit sich bringt, aber auf mittelfristiger Sicht soll die Allianz hier die Kernposition werden, deutlich größer werden und von daher würde ich hier auch sagen, bin ich relativ sicher unterwegs. Ansonsten geht es weiter mit den Konsumgütern, da habe ich ja nur alte Blue Chips im Grunde drin, Coca-Cola, Pepsi, Diageo, British American Tobacco noch ein bisschen aggressiver, hohe Dividendenrendite, Kurse in den letzten Jahren immer stark gefallen, da muss man mal schauen, wie es weitergeht, wobei ich meine, die sind mittlerweile so günstig, dass sich das Abwärtspotenzial tatsächlich in Grenzen hält und dann noch eine Unilever, die auch eher zu den konservativeren Titeln gehört. Zu guter Letzt dann nochmal einen Blick auf den letzten Bereich, und zwar der Immobilienbereich, der mit Abstand den größten Anteil meines Portfolios macht, eine ziemliche Übergewichtung ist und auch ein Risiko grundsätzlich darstellt, allerdings muss ich oder muss man allgemein dabei berücksichtigen, ich habe keine eigene Immobilie, in der ich wohne, wo andere Leute dadurch schon alleine im Immobiliensektor eine sehr hohe Gewichtung dann haben, und ich bin hier sehr breit diversifiziert aufgestellt in diesem Sektor über mehrere Unternehmen, die zum Teil mehrere tausend Immobilien haben, wie zum Beispiel Realty Income, die mit Abstand der größte REIT sind, den ich habe, und auch die größte Position ausmachen, aber halt in einem sehr defensiven Bereich in dieser Immobilienbranche unterwegs sind, im Einzelhandel, das gleiche gilt für Store Capital, für die deutsche Konsum REIT und für die deutsche Fachmarkt AG, alle sind im Einzelhandel tätig, beziehungsweise hier die beiden Deutschen hier oben haben solche Center, jetzt keine großen Malls, sondern wo dann irgendwie ein Kaufland ist, ein Friseur und Bäcker oder ein Baumarkt und ein Friseur und Bäcker mit dran, von daher alles Unternehmen, die jetzt auch in der Krise größtenteils auf hatten und das Geschäftsmodell da relativ defensiv, wie gesagt, ist. Dann ansonsten noch Stuck Industrial dabei, die im Logistikbereich unterwegs sind, der ja momentan ziemlich boomt, Logistikhallen werden gebaut wie sonst was, von daher hier nochmal eine kleine Wette auf diese Branche, auch eher defensiv, würde ich mal sagen, und dann noch eine LTC Properties, die im Bereich der Pflegeimmobilien tätig ist, das, würde ich mal sagen, ist die riskanteste Aktie, die ich hier im Portfolio habe, was die Immobilien angeht und insgesamt, aber gerade mit diesen großen Klumpen hier oben, der sehr defensiv aufgestellt ist, würde ich mal behaupten, hätte ich auch hier meine Ziele erfüllt. Ja, kurzer Blick zurück, die drei Punkte, sind sie erfüllt oder nicht? Meiner Meinung nach, ja, ich habe sehr konservative Unternehmen ausgewählt, erste Erfahrungen an der Börse sammeln, kommt man jetzt natürlich anhand der Branchen schlecht sehen, aber ich habe mein Depot eröffnet, ich habe Käufe getätigt, ich habe viele Videos auf YouTube gesehen, habe im Internet recherchiert, habe mir Unternehmensberichte angelesen und durchgelesen, von daher würde ich sagen, ist dieser Punkt auch erfüllt und ja, ich kassiere ordentlich Dividenden, ich generiere super Cashflow, von daher würde ich diesen Punkt auch als erfüllt ansehen. Viele Unternehmen steigern die Dividende zwar relativ gering, aber sie steigern sie weiter und haben auch eine relativ ordentliche Dividendenrendite schon, von daher so meine groben Allgemeinziele auf jeden Fall erfüllt. Ja, neben diesen Allgemeinzielen hatte ich aber auch ein paar, die sich richtig an Zahlen festmachen lassen, wobei die relativ kurz gegriffen waren in 2020, deswegen kann ich mich hier auch kurz halten. Das eine Ziel war, dass ich 8.500 Euro investieren wollte, hatte dafür fünf Monate Zeit, ich habe ja erst im August angefangen und das andere ist, dass ich mir 50 Aktien von Realty in Kamm bis Jahresende zulegen wollte. Hintergrund ist einfach, dieses Unternehmen passt super zu den allgemeinen Zielen, die ich mir gesetzt hatte und deswegen war das die erste Position, die ich ein bisschen größer ziehen wollte direkt und hatte da einen Schwerpunkt auf dieses Unternehmen gelegt. Ja, und dafür dann nochmal einen Blick zurück bei Portfolio Performance. Man sieht es hier, performance neutrale Bewegung 11.925 Euro, die 8.500 Euro habe ich in 2020 also ohne Probleme erreichen können und dann noch interessant, wie sieht es mit Realty Income aus und die haben wir hier und zu diesem Zeitpunkt waren es 49,4 Aktien, die ich zum Jahresende hatte, also knapp verfehlt. Ich habe mir aber nichtdestotrotz die Freiheit genommen und das Ganze als erfüllt angesehen, sehr großzügig gerundet. Man könnte auch ein X vormachen, aber der Sparplan läuft auch weiter, also einen Monat später hatte ich dann die 50, von daher bin ich da nicht zu streng mit mir selber und sehe diese beiden Zielmarken als erfüllt an. Ja, dann nochmal einen Blick auf das Jahr 2021. Die allgemeinen Zielsetzungen, die ich am Anfang gesagt habe, die gelten weiterhin und ich hatte mir aber auch für dieses Jahr nochmal ein paar Zahlen genannt, die wirklich messbar sind und zwar einmal 10.000 Euro, die ich investieren möchte. Ich wollte auf 10 Aktien von Microsoft kommen und meine Dividende auf 50 Euro monatlich steigern und dafür wieder einen Blick zurück zu Portfolio Performance. Da bin ich mir gelandet bei 12.616 Euro aktuell und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, also der erste Punkt definitiv erfüllt. Bei den Wertpapieren Microsoft, suchen wir sie einmal kurz raus, da oben sind sie, 3,7 Anteile. Das sieht nicht so gut aus, dass das noch 10 werden wird, relativ schwierig. Der Kurs geht halt fortlaufend nach oben, als es hier im zweiten Quartal nochmal so ein bisschen zurückging, hatte ich mich für Ping anentschieden, die deutlich stärker zurückgegangen sind und danach noch weiter zurückgegangen sind. Also vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen. Nichtsdestotrotz läuft der Kurs hier weiter. Das Einzige, was ich da aktiv gemacht hatte, ist, da werden sie angezeigt. Ich hatte meinen Sparplan zum Anfang des Jahres schon mal ein bisschen erhöht, weil wenn man sich den Kurs von Microsoft auch in der Vergangenheit ansieht, dann sieht er genauso aus, wie er hier dargestellt ist, über einen ziemlich langen Zeitraum. Und naja, das wird wohl eher nichts. Schwerpunkt habe ich immer so ein bisschen auf ein Unternehmen, was ich versuche auszubauen und dann stärker zu gewichten in meinem Portfolio. Aber das mache ich jetzt auch nicht krampfhaft. Wenn es die Gelegenheit dann nicht gibt, dann lasse ich halt einfach den Sparplan laufen und dann baut sich die Position halt mit der Zeit einfach auf. Ja, und ansonsten kann ich dazu noch sagen, dass meine Dividende, die konnte ich wiederum auf über 50 Euro monatlich steigern. Liegt mir derzeit bei ungefähr 72 Euro nach Abzug aller Ausgabensteuern, die da anfallen. Von daher das erste auf jeden Fall schon mal erfüllt. Habe sogar noch ein bisschen Zeit, theoretisch. Die Microsoft-Aktien aktuell noch nicht und ich vermute, das wird bis zum Jahresende auch noch nichts. Und die Dividenden auf 50 Euro monatlich steigern, auch das habe ich erfüllt. Ja, dann noch mal ein Blick auf die Performance von meinem Portfolio im ersten Jahr. Und man sieht es hier einmal, 14% habe ich gemacht, schwarz dargestellt ist mein Portfolio. Dann in grün der MSCI World, in blau der US Dividend Aristocrats ETF und in rosa der Dow Jones Global Real Estate ETF. Und alle drei haben deutlich besser performt als mein Portfolio. So viel kann man schon mal festhalten. Warum habe ich diese drei ETFs herangezogen? Der MSCI World ist so der Standard klassische ETF, in dem man sonst investieren würde oder einer der Standards, in dem man investiert. Dann der US Dividend Aristocrats und der Immobilien ETF, weil die mein Portfolio ein bisschen besser wiedergeben und man sich damit im Grunde dann auch besser vergleichen kann. Ja, diese Performance, die sich hier jetzt zeigt, die habe ich schon fast vermutet, wenn ich sie mal gegen ETFs gegenüberstellen werde. Und das liegt natürlich daran, dass ich sehr defensive Aktien gewählt habe, die auch sehr viel Dividende tatsächlich ausschütten. Dieses Geld steht dann wiederum nicht für Wachstum zur Verfügung und dementsprechend macht dieses Bild, was sich hier abzeichnet, durchaus Sinn. Es ist jetzt nur ein Jahr. Natürlich kann das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder zusammenlaufen. Aber gerade aus den genannten Argumenten gerade eben vermute ich, dass ich eher weiter eine gewisse Underperformance hier haben werde, mit der ich aber auch sehr gut leben kann, weil es erstmal meine kurzfristigen Ziele auf jeden Fall erfüllt, die ich habe. Und sonst habe ich mir natürlich auch weitere Ziele gesetzt, wo wir dann jetzt auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, meine Ziele, die ich mir für die Zukunft gesetzt habe. Und zwar möchte ich mich grundsätzlich weiter vernetzen, hier auch auf YouTube mit anderen Finanz-YouTubern. Gerne auch in den Kommentaren noch mehr austauschen und vielleicht auch noch mal eine Produktion mit einem anderen YouTuber zusammen machen, wenn es die Zeit denn erlaubt. Ansonsten bezüglich meines Portfolios möchte ich den Cashflow um 25 Euro pro Monat steigern, pro Kalenderjahr. Sprich, auch in 2022 sollen die Dividenden über das gesamte Kalenderjahr gesehen um 300 Euro steigen. Mittelfristig soll der Cashflow damit dann auf 150 bis 200 Euro steigen. Also zwei, drei Jahre wird das sicherlich noch mal dauern. Und daran anschließend kommt dann der nächste Punkt, investieren mit dem Blick auf die Gesamtrendite. Das heißt, den Cashflow, den ich mir dann da zusammengekauft habe, den möchte ich dann tatsächlich so investieren, dass es wirklich von der Performance her am meisten Sinn macht. Entweder über ETFs oder auch vermehrt in Wachstumsaktien, dass dann wirklich die Performance ins Blickfeld rückt, nachdem ich einen soliden und sicheren Kern in meinem Portfolio gebaut hatte. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, wobei ich vermute, es ist länger, als ich ursprünglich gedacht hatte. Lasst gerne ein Like fürs Video da, wenn es euch gefallen hat und auch Kommentare, wie ihr das seht, welche Strategie ihr fahrt und natürlich auch gerne ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.